Musik Mit den Makrelen tauchen die Hornhechte auf, deren Wanderzüge fast identisch sind. Die Belone Belone sind geschickte, feilschnelle Räuber, die tagsüber auf Jagd gehen. Sie können bis 90 cm lang und 1 kg schwer werden. Ihr Fleisch ist recht trocken und wegen der grün gefärbten Gräten als Speisefisch nicht sehr beliebt. Musik